Hallo zusammen. Ich möchte euch heute wieder mal eine Tagfalterart vorstellen und zwar den Maivogel oder auch Echenscheckenfalter genannt, Euphytriasmaturna. Das ist eine Art, die in Deutschland vom Aussterben bedroht ist, also Rotliste 1 und von der nur noch Populationen in etwa vier Regionen in Deutschland überhaupt bekannt sind oder vorhanden sind. Es ist sehr, sehr stark zurückgegangen in den letzten Jahrzehnten, letzten Jahrhundert und damit auch eine der wirklich besonderen Arten hier in Deutschland. Ich befinde mich jetzt hier in einem relativ lichten Wald und das stellt gleichzeitig auch ein typisches Habitat für die Art dar, denn die die Art frisst an Eche in lichten Wäldern und das können auch Auberwälder sein, wie jetzt hier beispielsweise. Ich möchte euch einfach gerne mal einen Eindruck vermitteln, wie das Ganze dann aussieht, wenn die Art noch vorkommt und das ist hier wirklich ein wunderbares Beispiel gerade. Ich finde es so schön, deswegen möchte ich es euch gerne mal zeigen. Denn, wie wir jetzt vielleicht schon hier im Hintergrund sehen können, hier seht ihr überall Falter. Wie gesagt, es handelt sich um eine in Deutschland vom Aussterben bedrohte Art, also die wirklich nur noch in einer Handvoll Flächen überhaupt vorkommt. Trotzdem haben wir hier Dichten, die ich wirklich ganz ganz besonders finde und ich euch einfach mal zeigen wollte. Ich kann vielleicht die Kamera am besten mal drehen, vielleicht sieht man es da besser. Genau, also hier sehen wir schon die Tiere wegfliegen. Das ist eben der Maivogel. Wir sehen es hier im Hintergrund. Die Falter lieben Blüten und wenn jetzt die Sonnenstrahlen rauskommen, es ist heute ein relativ drüber Tag, relativ bewölkter Tag. Aber wenn jetzt die Sonne rauskommt, dann versammeln sich die Falter auf den Blüten, auf den weißen Blüten. Zum Beispiel Holunder oder jetzt hier eben diese weißen Doldenblütler, wo sie überall drauf sitzen. Und ja, ich finde es einfach wahnsinnig faszinierend, welche Dichten diese seltenen Arten dann doch erreichen können in den Gebieten, wo sie vorkommen. Und gleichzeitig auch wirklich, ja, es ist was wirklich Schönes, finde ich. Also nicht nur faszinierend an sich, sondern auch einfach wunderschön anzuschauen. Es sind sehr, sehr schöne Tiere. Orange mit diesen weiß-schwarzen Streifen und Flecken. Also wirklich sehr, sehr schöne Art. Ja, die Art ist bedroht, weil eben diese lichten Wälder einerseits verloren gehen. Also kann man wieder Forstwirtschaft nennen, die ja sehr, sehr oft, ja, im Endeffekt viele Arten bedroht. Ich habe es euch schon bei einigen Videos vorgestellt. Ein Problem hier ist auch noch beispielsweise, dass die Esche von einem Pilz befallen wird und dadurch in den letzten Jahrzehnten schon relativ stark zurückgegangen ist durch das sogenannte Eschensterben. Und ja, eben diese lichten Waldstrukturen an sich, die hier relevant sind, die einfach immer seltener zu finden sind. Genau, dazu möchte ich eigentlich gar nicht viel mehr zu der Art selber sagen. Ich glaube, die Bilder sprechen für sich. Das ist einfach eine wunderschöne Art, die eben jetzt Ende Mai etwa Anfang Juni fliegt. Auch der Name Maivogel. Und ja, einfach schöne Bilder, schöne Eindrücke hier aus dem Habitat direkt, welche Populationsdichten sie denn dann noch erreichen kann. Und das ist wirklich was ganz, ganz Tolles, dass man sie überhaupt noch so sehen kann, wenn es sich um so eine seltene Art handelt, dass sie dann doch noch in diesen Populationsdichten vorkommt. Und wie gesagt, das ist jetzt ein kleiner Ausschnitt. Ich kann jetzt diesen Weg hier noch weiter gehen. Der geht noch ein ganzes Stück. Und wir würden überall ähnlich viele Falter sehen, was wirklich ganz, was ganz Besonderes ist, wie ich finde. Aber damit möchte ich es auch belassen mit diesem kleinen Eindruck aus dem Habitat vom Maivogel. Euphytrias Maturna. Und wir würden auch noch ein paar Mal sehen, was wir sehen, wie 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 wir sehen